Musik Wir haben einen Neujahrsversatz für uns gesucht und haben dann einfach mit ersten ersten quasi wirklich beschlossen, wir essen nur mehr regional. Wir haben auch vor Silvester unsere ganzen Lebensmittel auf den Tisch geräumt. Das war ein Haufen. Obwohl wir uns immer schon gedacht haben, wir kaufen eh voll viel regional und wir gehen an den Bauernmarkt und alles. Aber was wir wirklich daheim gehabt haben an Sachen, hat uns wirklich dann nochmal geschreckt und nochmal motiviert, dass wir das wirklich machen. Und vor allem auch versuchen, welche Produkte bei uns da wachsen. Kacke haben wir gesagt, Indianerbananen haben wir gesagt, und alles rechte Früchte, was nicht üblich ist. Und da dahinter nachher, wir gehen ja nicht zurück, da haben wir jetzt Haselnuss und Mandeln gesetzt. Wirklich? Mandeln? Das ist ja interessant. Wie wir die Arane gehabt haben, haben wir gesagt, das wird super angenommen und alles. Also wir kommen wirklich von Wald und Brats an die Leute herkommen und dann haben wir gesagt, machen wir einen Hofladen. Und da haben wir jetzt wirklich auch große Paletten an Sachen eigentlich. Und da bin ich sowieso eher zuversichtlich für die Landwirtschaft. Die jungen Leute, so wie das, die wollen regional. Wir sind auch auf viele Sachen draufgekommen, was wirklich super ist. Wir haben regionale Garnedeln, da werden wir nie draufgekommen. Ja, dass es das wirklich gibt. Genau, dass es das bei uns gibt. Lachs, es gibt so viele Sachen. Und den Verzichten muss man aus dem Kopf herauskriegen. Genau so ist es. Mit Verzichten hat es nicht viel zu tun. Jetzt habe ich gehört von Anna, die hat erzählt, sie ist zwar sehr viel, also sie schaut für regionale Produkte, aber sie kann nicht auf diese exotischen Superfoods verzichten. Auch wenn du jetzt die Erdbeeren, Himbeeren oder die Heidelbeeren, Blaubeeren hernimmst, die haben ja auch mindestens die gleichen Hinnungsstaffel wie wenn es die exotischen sind. Genau so ist es, genau so ist es. Wenn der Transport noch dazukommt, dann weiß nicht, wie wird es angebaut. Also da braucht man nicht viel verzichten, glaube ich. Wir haben da wirklich schon so eine Vielfalt und die Bauern probieren nicht alles eingedrückt, aber das muss euch auch haben, ne? Prost!